Hallo Leute, hallo ihr Herzensmännchen. Also, heute ist der 3. Oktober. Eine friedliche Revolution ist und bleibt immer noch die beste Revolution. Egal wie auch immer andere darüber denken. Friedlich demonstrieren und nicht sein Recht mit Gewalt durchzusetzen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Feiertag. Feiert mit euch, mit euren Lieben, umarmt sie. Wer weiß, wie lange das noch geht. Und glaubt mir, es ist Magic, mit Menschen zu feiern, als Krieg zu führen. Es gibt Krieg und keiner geht hin. Es ist Magic. Wuppe – Wuppe – Wuppe – Vielen Dank.